Erster Offizier. Erster Ingenieur. Erster Stört. Erster blinde Passagier. Lekker, he, zo'n stoel. Heerlijk. Oh, ik wil wat spelen, maar wat ernsthaftes in onze show, dat werd al meer die tijd niet, maar wat ernsthaftes, ik wil wat spelen, voor ze, iets wat betreft met een mooie compositie. La Mer de Debussy. Nee, ik wil wat ernsthaftes in onze showen. Er is nog niet automatisch dicht. Ach! Moment maar, maken Sie maar die Klappe op. Nicht die, die. Was machen Sie denn da? Ich bin der Klavierstimme. Kommt raus. Blinde Passagiere müssen bei uns arbeiten. Sie kommen in den Maschinenraum, Maschinenraum ist vollkommen böse, ist voll. Hier, Bläser spülen, hinter der Bar, aber schnell! Herr Oberstuart, bitten Sie für mich mal ein bisschen Radio, ich möchte mir mal die Lottozahlen anhören. Radio, selbstverständlich. Radio haben wir mal dabei. Ah, dat is juistig. Dat is juistig. Dat is juistig. ... ... Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Der Knollkupper, ich kann doch nicht leiden. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1.